Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, Will Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir sind immer noch dabei, unsere kompletten Wohnungsanrichtungen in Rosa zu streichen, weil wir so auf den Giro abfahren. Wir sind in Giro-Stimmung. Buenas noches. Nee, Buenas noches ist... Ciao, bella, Tomasso. Wie geht's dir? Thomas nach München, die nördlichste Stadt Italiens. Guten Tag. Buonasera. Mir geht's gut. Komisches Wetter momentan, aber dafür läuft ja der Giro im Fernsehen. Und dafür hat sich das Wetter da ja zumindest ein bisschen gebessert, wenn man es vergleicht mit den ersten paar Tagen. Es ist nicht ganz so schlimm mehr. Ja, wir haben Donnerstagabend. Wann haben wir es jetzt aufgenommen? Sonntag. Da hatten wir den Krawall-Chris, wie wir ihn auch intern gerne nennen, mit dabei. Und ich hoffe, es wird uns bald... Also im Nachhinein klang das alles ein bisschen krawallig, wie wir zwei waren, aber man muss dazu sagen, vielleicht kurz als Erläuterung, wer uns nicht kennt oder wer... Wie lange kennen wir uns jetzt persönlich? Also mit persönlich meine ich, dass man zumindest einmal vis-a-vis ein Bier miteinander getrunken hat. Ich behaupte 2006 oder 2005. Ja, kommt hin. Ja, also sagen wir mal so Mitte der 2000er. Und insofern, wenn der Chris und ich uns jetzt nach 16 Jahren Sachen an den Kopf schmeißen, dann ist das durchaus so, dass das eine lange Historie hat. Und das We agree to disagree beherrschen wir sehr gut. Und der Ruhepol dazwischen und das vermittelnde Element, Thomas, ist da ja auch wirklich sehr, sehr gut geeignet. Du hättest vielleicht auch... Gibt es das so Streitschlicht, so eine Schlichtungsinstanz, weißt du? Wo so Moderator... Moderator, ja. Ja, stimmt. Also Moderator... Oder Mediator gibt es noch. Was gibt es? Ein Mediator. Ja, genau. Das wäre eigentlich auch was für dich. Nehmen, das ist einsteller vier Talente. So, wo sich so zwei Bauern treffen, wo der eine den Grenzstein verschoben hat. Und du den beiden Seiten zuhören musst, abwägen musst und sie gemeinsam dann zu einer Lösung bringst. Das geht nicht. Ah, ja. Das ist auch ein Talent, was nicht jeder hat. So, so, naja. Ja, auf jeden Fall, dass, also falls jetzt jemand sich ein bisschen, weil hinterher noch Stimmen laut wurden, huiuiui. Nein, das ist überhaupt nicht. Wir mögen uns sehr. Sonst wäre es nicht ruhig. Apropos, wir mögen uns sehr. Noch mehr mögen wir den Giro. Und da hatten wir uns am Saisontag mit der Etappe Nummer neun verabschiedet, um uns vielleicht nochmal alle gemeinsam auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Neunte Etappe war diese Etappe, die Egan Bernal mit Ausrufezeichen gewonnen hat. Und Gesamtstand war zum damaligen Zeitpunkt damit auch Bernal im rosa Trikot, was er an dem Tag erobert hat, vor Remco, Evanepol, vor Vlasov, Ciccone, Attila Falter, der es abgegeben hat, Jukathe, Caruso, Martin, Yates, Formula, bla, 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 bla. Und folgende. Das war der Stand. Montag war da eine Etappe. Wir müssen ehrlich zugeben, glaube ich, dass, als wir debattiert haben, wann nehmen wir auf, haben wir ganz schnell gesagt, Montag ist uninteressant, dann kommt Ruhetag, das können wir uns schenken, dann lass uns doch lieber dann später erst aufnehmen. Lagen wir da richtig? Deine Einschätzung jetzt so rückblickend. Ja, so ganz uninteressant war es nicht. Das war die Etappe Nummer 10 von L'Aquila nach Foligno, 139 Kilometer, kurzer Abschnitt vor dem Ruhetag, mit mehreren, ja, Hügeln, kleineren Bergen drin. Und der letzte war da so rund 40 Kilometer vom Ziel erreicht, mit 7 Kilometer mit 5. Hui, jetzt ist der, du warst kurz weg. Hallo, hallo? Ja. Irgendwie ist die Leitung gerade kaputt. Hallo, hallo? Hallo? Irgendwie ist die Leitung kaputt. Bist du noch da, Thomas? Ich bin da. Jetzt ist er wieder da. Hoffen wir mal, dass jetzt die Leitung hält. Ich lass das jetzt alles drin und hoffe, dass du wieder vollkommen da bist. 40 Kilometer vorm Ziel, da war dann der letzte Berger klommen. Genau, dieser Valko de la Soma. Und da konnte man sich im Vorhinein schon so ein Szenario ausmalen, wie es gekommen ist, nämlich, dass die Mannschaft Bora Hansgrohe versuchen wird, an diesem Berg das Feld so ein bisschen auseinander zu fahren, um zumindest die ganz, ganz schnellen Sprinter zu eliminieren. Damit Peter Sagan im Sprint eine gute Chance hat am Ende. Und so ist es dann auch gekommen. Da sind einige Leute hinten von den Sprintern fliegen gegangen, beispielsweise so ein Giacomo Nizzolo. Ja, und dann war es so, am Ende ein Sprint auf einer, wie ich fand, ziemlich komplizierten Zielanlage, wo Peter Sagan das einfach zugute gekommen ist, dass er so viel Erfahrung hat im Positionenfahren. Und da hat er dann seine Etappe gewonnen. Also völlig zu Recht, wie ich finde. Er war an dem Tag einfach gut drauf. Sein Team hat für ihn richtig gearbeitet. Es gibt so Tage, da denkt man sich immer, na, okay, ist das jetzt der richtige Sieger? Aber ich glaube, Sagan hat, wenn er dort startet, schon alleine fast durch seine Teilnahme zumindest einen Etappensieg verdient. Und das Team hat sich für ihn aufgerissen. Er hat alles richtig gemacht. Kann man Haken dran machen. Also alles richtig, alles gut. Der Richtige hat dann an dem Tag auch gewonnen. Ja, man muss ja sagen, also wenn man so eine Sache, so ein Sprint ist halt immer so eine Sache. Also da spannt die ganze Mannschaft ein, beansprucht das ganze Team, was ja nicht nur für ihn da ist, sondern auch nur für einen Gesamtwertungsfahrer. Und wenn es dann nicht klappt, dann sind sie natürlich die größten Deppen, weil sie die einzige Mannschaft war, die an dem Tag so richtig gearbeitet hat und danach natürlich auch ziemlich kaputt war. Aber ja, der Erfolg gibt ihnen recht und man muss ja auch sagen, Peter Sagan hat an dem Tag ja eines seiner Ziele erreicht. Er hat das Punktetrikot übernommen. Ja, fällt mir gerade immer wieder ein, so wie du das gerade beschrieben hast, du spannst das ganze Team für dich ein. Muss ich immer an diesen Spruch von Rolf Aldag bei Höllentour bringen. Erinnerst du dich, wo die zwei dann auf dem, wo er das Bergtrikot gewinnt hat? Ja, ja. Und er dann sagt so, er kann sich bringen. Wir arbeiten den ganzen Tag und dann kommst du und du nimmst nach Hause, kannst du dich bringen. Da muss ich jetzt so, wie du es beschrieben hast, dann denken. Ja, Punktetrikot übernommen, Etappensieg. Damit ist für ihn, sage ich mal, eigentlich Mindestziel erreicht. Ich bin gespannt, wie lange er dann jetzt noch dabei bleibt, ob er durchfahren wird. Was glaubst du? Ich behaupte. Ich glaube schon, dass er versuchen wird, das Punktetrikot bis zum Ende zu behalten. Kommt halt natürlich auch darauf an, wie soll man sagen, die nächsten Etappen von den Gesamtklassementsfahrern auszulaufen. Weil es gibt jetzt nicht mehr so viele Chancen für die Sprinter. Wenn ich das mal so durchgucke, ist im Prinzip dann morgen, also Etappe 13, vielleicht noch die Etappe Nummer 18 eine Chance für die Sprinter. Aber ansonsten kann es auch sein, wenn da ein Bergfahrer so überlegen wäre und alles abräumt, dass sogar ein Bergfahrer das Punktetrikot holt. Ja, sind wir mal gespannt, wie das morgen da ausgeht. Top flach. Ich habe mir jetzt den letzten, ich habe gerade versucht, mir die Etappe anzuschauen für morgen. Aber da ist direkt, das hasse ich ja so sehr, wenn auf irgendwelchen Seiten dann direkt irgendwie super laut, irgendwie Lautstärke losgeht und, und, und. Aber das können wir später nochmal drüber sprechen. Ja, genau. Danke. Das war auch gerade mein Ansinnen. Dienstag war der Ruhetag, der zumindest in meiner Wahrnehmung nichts besonders hervorgebracht hat. Wird eigentlich gerade, das habe ich gar nicht mehr, auf Corona noch getestet im Peloton. Müsst du doch eigentlich, oder? Ja, natürlich. Ja? Ich habe nichts mitbekommen. Denn natürlich alle getestet und alle Tests waren negativ. Ja, na klar. Nee, aber ich habe nichts irgendwie gelesen irgendwo so nach dem Motto, kann aber auch sein, dass ich das überflogen habe, weil andere Sachen wichtiger waren. Aber hatte jetzt nicht mitbekommen, wo das irgendwo steht. Aber umso besser, dass sowohl getestet wird. Als auch das alles negativ war. Das war die Etappe Nr. 10. Am Gesamtklassement hat sich da natürlich dann nichts geändert. Aber wie du so schon so richtig gesagt hast, im Trikot des besten Sprinters seit diesem Tag dann Peter Sagan. Gut, ausgeruht. Und dann ist immer die Frage, wie kommt man nach diesem Ruhetag wieder in den Tritt? Es gibt Fahrrad, denen liegt das mehr. Es gibt Fahrrad, denen gibt es weniger. Und bei manchen Fahrrad weiß man es noch nicht genau. Und hat dann hinterher so das Gefühl, naja, der gehört wohl eher zu der Gruppe an Menschen, die nicht so gut wieder in den Tritt kommen. Weißt du, auf wen ich anspiele? Ja, auf den Kapitän von der König Quickstep, Remco Evenepoel. Ja, der hatte, also wir hatten ja vorher über die Etappe gesprochen am Mittwoch, so ein bisschen schon eingeschätzt. Die Meinungen im Nachhinein gehen sehr auseinander, wie wir die Etappe eingeschätzt haben. Harte Worte sind da gefallen, aber nichtsdestotrotz, ich hatte ja zumindest in meiner Erinnerung gesagt, so ein bisschen, naja, die Fahrer, die sich bis jetzt noch nicht vorne gezeigt haben, für die wird es jetzt mal langsam Zeit, zumindest mal so dran zu zupfen, sich ein bisschen in vorn zu bringen, mal vielleicht auch eine Attacke zu fahren oder sich zu zeigen. Und das haben jetzt manche mehr gemacht, manche weniger und manche von denen, die sich vorne schon gezeigt haben, haben dann auch mal an diesem Tag, ich will nicht sagen Federn gelassen, aber zumindestens ihre Form aus der, ich sag mal, ersten Girohälfte, weil es ist ja im Prinzip jetzt so ungefähr Halbzeit, nicht ganz so bestätigen können an diesem Tag mit den 1, 2, 3, 4, ich glaub 5 Stücke waren es am Ende, ne? 4 oder 5 Gravelpassagen. Ja, 4 Stück, also. Und nicht zu knapp, und nicht zu knapp. Ja, es waren auch ordentlich lange Passagen und vor allem die erste Passage fand ich sehr schwierig, weil es da im Prinzip nur eine Abfahrt runterging auf Schotter und da hat man schon gesehen, da ist das Feld ja richtig auseinander geflogen zum ersten Mal. Es gab so eine erste Gruppe, wo Ineos und noch so 20, 30 andere Fahrer drin waren und dahinter hatte dann die zweite Gruppe schon so 30 Sekunden Rückstand, aber für die war das Glück, dass außer Ineos vorne kein Team richtig Interesse hatte zu fahren, weil die anderen Favoriten im Prinzip alle hinten waren. Unter anderem auch Remco Evenepoel und ja, die haben dann da die Lücke wieder zugefahren nochmal, aber man hatte so fand ich den ganzen Tag das Gefühl, in jeder Abfahrt gefühlt ist Remco Evenepoel an letzter Stelle, an die letzte Stelle durchgesickert und er hatte da überhaupt gar kein Vertrauen in sein Fahrrad. Es ist ja auch so, auf diesen Slicks, also ich würde es jetzt noch nicht mal am Fahrrad festmachen, sondern eher an den Reifen, das ist natürlich auch eine irgendwie wackelige Angelegenheit. Also mit den Slicks vielleicht noch so relativ klein, also schmal im Sinne, also mit 25 Millimeter dann vielleicht auch noch, 26, 27, je nachdem welchen Ausrüster du hast, da runterzubrettern, da musst du schon echt A, Vertrauen in das Material haben und B, natürlich auch irgendwie so ein Urvertrauen oder ein Gesamtvertrauen in die ganze Situation hinein. Und wenn du das nicht hast, das kann ich mir schon vorstellen, dass das unschön ist im besten Sinne. Es kommt ja noch erschwerend dazu, bei diesen staubigen Bedingungen kannst du ja nichts sehen, also musst du einfach blind auf deinen Vordermann vertrauen und bei Tempo 60, 70 mit so eingeschränkter Sicht zu fahren. Und wenn man dann so einen schweren Sturz hatte, wäre im Kuevinnepul, ist völlig verständlich, dass er da immer durchgesickert ist und am Ende, man muss ja auch sagen, sein Rückstand am Ende war nicht so viel, wie ich es zwischendurch befürchtet hatte. Weil dann gab es ja irgendwann den Punkt, ich glaube in der vorletzten Steigung, wo er dann völlig weggeflogen ist hinten, nicht mehr an der Gruppe dranbleiben konnte, aber er hat dann viele Favoriten noch wieder von hinten aufgefahren und konnte da den Rückstand ja auf Egan Bernal so bei circa zwei Minuten halten. Ja, also das sah zwischendurch offensichtlich deutlich schlimmer aus. Es gab auch mal die Situation, wo Gander, glaube ich, irgendwie sich versteuert hatte und da fast in den Büschen lag. Also da hatten ganz, ganz, ganz viele Fahrer mal ihr normales Terrain verlassend. Was man ja noch sagen muss bei der König Quickstep, da gab es intern, teamintern so ein bisschen Unstimmigkeiten. Eigentlich sollte Almeida auf Eganepul warten, dem war das aber wohl gar nicht so recht und da hat es dann lange gedauert, bis er dann da wieder Teamunterstützung an seiner Seite hat. Von daher vielleicht auch ist es da im Team nicht so gut gelaufen. Und was man noch positiv sagen muss, also ich habe es zumindest nicht gelesen, kein Favorit ist jetzt aufgrund irgendeines Materialschaden da ins Hintertreffen geraten. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, den ich gefragt hätte. Ich unterstreiche das, ich habe auch nichts von irgendwelchen größeren Problemen im Sinne von Panne, Schaltwerk abgerissen oder keine technischen Probleme. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, Yates hat ja auch vorher, ich weiß gar nicht, ob vorher oder hinterher gesagt, solche Passagen gehören nicht in eine Grand Tour. Also Strader Bianchi, schön und gut, aber nicht bei einer Grand Tour. Wie siehst du das? Also ich sehe das immer an, ich bin auch noch unentschlossen, wie ich das sehen soll. Ein Punkt, der dafür spricht, sind für mich einfach die wirklich schönen Bilder, die entstehen. Der zweite Punkt, wir haben das ja jetzt, seit wie vielen Jahren haben wir das? So drei, vier, fünf behaupte ich mal, dass sowas immer mal wieder oder öfter als vorher zumindest vorkommt. Ja, 2010 war es auch schon dabei. Ja, aber jetzt so, ich sage mal in der Häufung und in der Länge der Strecken. Ja, aber das war jetzt eine lange Pause auch, was diese Schotterpassagen angeht, also zumindest diese Strader Bianchi Passagen, das gibt es ja nicht oft beim Büro, höchstens bei der Tour de France gibt es ja oft, dass da Kopfsteinpflaster eingebaut wird. Aber bleiben wir mal bei dieses Strader Bianchi, also jetzt wie das gerade, also jetzt konkret die Austragung jetzt hier dieses Jahr an der Stelle am Mittwoch. Solange kein Favorit wegen platten, technischen Mangelungen so rausfliegt, finde ich, ist das eine Bereicherung optisch und auch eine Disziplin, die Fahrer beherrschen können oder was eigentlich ein Gesamtklassemannfahrer vielleicht auch ausmachen kann. Und ich kann mich irgendwie, also so, wenn man das wie so eine Waage betrachtet, geht das, geht immer mehr die Seite runter, dass ich befürworte, dass es sowas gibt. Ich bin, ich bin da voll dafür, weil ich finde, der kompletteste Fahrer sollte eine Grand Tour gewinnen und nicht nur der beste Bergfahrer. Also klar sagt dann Simon Yates, dass es ihm nicht gefällt, weil er halt ein Bergfahrer ist, aber beispielsweise, ja, weiß ich nicht, wenn jetzt Fabian Cancellara noch mitfahren würde. Genau den hatte ich ja auch gerade im Sinne, das ist ja lustig. Der würde halt sagen, ja, prima, mehr davon. Also auch diese Pave-Sektoren, ja, das gehört halt einfach dazu, dass du auch da dein Fahrrad dementsprechend rübersteuern kannst und da möglichst wenig Zeit verlierst. Und was noch ein Argument dafür ist, man hat es ja gesehen, auf diesen Etappen, ja, denke ich, bald gibt es mehr Abstände als am Monte Zoncolan. Und es ist ja bisher auch noch nicht passiert, dass irgendwie so ein, dass jemand, also ein Führender irgendwie so gestürzt ist, dass er nicht mehr weiterfahren kann oder ein technischer Defekt irgendwas. Also es gab noch keinen negativen Impact. Vielleicht beurteilen wir das auch ganz anders, wenn es mal dazu kommt, dass irgendwie Zweifel. Ja, andererseits, es gab doch die eine Etappe, wann war das, welche Tour de France, wo dann, glaube ich, Nibali gewonnen hat, wo sich zwei, wer war das nochmal, zwei gestürzt sind oder Froome? Das war 2014, wo Froome dann rausgestürzt ist, aber da ist er ja nicht auf dem Pflaster, sondern noch vor dem ersten Pflastersektor gestürzt. Nee, das meine ich auch gar nicht, wo welches, war da die Tour, wo zwei Favoriten gestürzt sind, war da nicht noch Quintana und irgendwer? Das war auf der Etappe und dann ist Froome rausgeflogen auf der Etappe und Contador hat dann über zweieinhalb Minuten verloren, aber aufgrund von, ja, nicht von einem Sturz oder von einem Defekt, sondern weil er einfach nicht mitfahren konnte. Naja, dann meine ich aber eine andere Etappe. Also es ging mir grundsätzlich darum, dass zwei Favoriten an einem Tag rausgeflogen sind. Also wenn sowas mal passieren würde durch das Strademianke, dann würde man das wahrscheinlich schon wieder ganz anders beurteilen, aber so im Moment sehe ich da Bereicherung, absolute Bereicherung. Kommen wir vielleicht zum, wir haben ja jetzt eigentlich nur bis zum mittleren Teil und alles so ein bisschen durcheinander gesprochen. Es hatte sich dann eine Ausreißergruppe gebildet, in der unter anderem auch erfreulicherweise aus deutscher Sicht auch kluge, glaube ich, war. Die, und der hat sich gar nicht mal so schlecht geschlagen. Ja, also gar nicht mal so schlecht geschlagen, wenn du bei so einer Etappe, bei einer Grand Tour vorne, ich sag mal, unter den Top Ten ankommst, dann ist gar nicht mal so schlecht geschlagen. Ein Euphemismus für, ja, also finde ich schon beachtenswert. Also der hat die Lotto-Sudal-Flagge da hochgehalten. Ja, ein bisschen überraschend, dass der da vorne mit rumgeturnt ist, aber gut, diese Ausreißergruppe, die hatte zwischendrin, glaube ich, mal fast oder sogar mehr als zwölf Minuten Vorsprung. 14.30 kann ich mich erinnern. 14.30, ja. Also, und dann sieht man am Ende, der Abstand zu den Favoriten war dann drei Minuten, also da haben sie auch wirklich davon viel in Anspruch nehmen müssen. Und ja, es gab dann zwei Rennen im Rennen vorne, diese Ausreißergruppe, da haben am Ende dann Alessandro Kowi und Mauro Schmid, zwei Namen, die vielleicht jetzt nicht so vielen geläufig sind, zwei sehr junge Fahrer, den Sieg unter sich ausgemacht. Und Mauro Schmid hat dann den Sprint gewonnen und er ist sogar Neoprofi in diesem Jahr, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und ja, 21-jähriger Schweizer, der da gleich mal richtig zugestanden hat. Ja, der hat den Tag seines Lebens wahrscheinlich auf dem Rad, also, naja, hoffen wir mal, dass er noch ein paar schöne Tage erlebt auf dem Rad. Aber zumindestens heute, Quatsch, heute an diesem Tage, großes Kino von ihm. In dieser Gruppe vorne waren halt zehn Fahrer, die das alles unter sich ausgemacht haben. Dann Abstand von einer guten, einer sehr, sehr guten Minute vor dem, was dann sich abspielte. Und da war es dann so, naja, also hinten, Evendipol wurde raus eliminiert und andere wiederum dachten sich, naja, gut, wenn der weg geht, dann können wir unsere Position ein bisschen verbessern. Und im Prinzip kam es dann zur Attacke von Egan, nee, war Buchmann vorher oder Egan? Ich beginne sich gar nicht mehr durch. Buchmann dann aber vorher. Also, war es ja so, da ging es nochmal so einen richtigen Berg hoch. Also, das waren so rund acht, neun Kilometer, wo es teilweise dann auch richtig steil war. Und da hat sich das, finde ich, so ein bisschen kulminiert. Diese ganzen Schwierigkeiten über den Schotter des Tages hat man halt an diesem Berg, der gar nicht mal so super schwer war, richtig krass gemerkt. Da ist dann einer nach dem anderen geplatzt. Also, krasse Beispiele sind ja gewesen, Marc Soler, der erst in der Attacke gefahren ist und sich damit selbst eliminiert hat, ist danach nämlich hinten rausgeflogen. Typische Movies-Star-Aktion. Und auch Giulio Ciccone, der da in der Attacke gefahren ist, wurde dann genauso hinten durchgereicht wie Nibali, der auch abgehängt wurde, genauso wie auch ein Romain Bardet beispielsweise. Und es ist halt krass, also die Leute, die da abgehängt wurden, die haben dann an diesem kurzen Berg fast zwei Minuten alle noch bekommen. Also, da hat man so richtig gesehen, dass diese Etappe, finde ich, also so ein Energiefresser ist. Bei denen waren dann scheinbar einfach komplett die Energiespeicherler. Und da hast du auch gesehen, dass die da alle auf den letzten Zacken reinkamen. Ja, also, es ist halt nochmal ein bisschen was anderes, ob du vielleicht noch einiger, ob du jetzt mit zwei, drei, vier kmh weniger weiterrollst oder ob der Widerstand und alles, das Fahren es so schwer macht, dass es dann ganz aus ist. Und Buchmann war es, der da die Erste, der dann in die Attacke gefahren ist und sich dann auch entfernen konnte. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warte mal, bei welchem Kilometer war das denn ungefähr? Ja, es ist ja vorher noch einiges passiert auf den Sektoren. Ja, dann berichte mal. Also, ich habe ja nur, in Anführungszeichen, eine grobe Übersicht oder Zusammenfassung schauen können. Ich höre dir gerne zu. Naja, zwischendrin, als dann sozusagen dieser erste Schreck erstmal vorüber war, dass da diese Gruppen wieder zusammengekommen sind, da war es ja auch bei Ineos so, dass dann irgendwann ein Filippo Ganner einfach geplatzt ist, weil er nicht mehr konnte. Und dann hatten die halt ja auch kaum noch Helfer, sage ich mal. Und da habe ich schon so gedacht, na, wenn die sich mal nicht verspekuliert haben und jetzt vielleicht die Retourkutsche von einem anderen Team kommt. Aber waren halt irgendwann nur noch sehr wenige Fahrer beieinander. Und ja, dann zwischendrin gab es mal eine Attacke von George Bennett und Tobias Forst von Jumbo Wismar, die sich da versucht haben abzusetzen. Und ja, so ein Fahrer, beispielsweise, Entschuldigung, wie Simon Yates, der hat halt ein sehr riskantes Spiel an dem Tag gespielt. Also der war immer fast an der letzten Position der Gruppe, ist aber immer noch dabei geblieben. Also wenn es da zwischendrin mal irgendwie reißt, dann hätte es den auch gekostet. Aber hat hochgepokert, alles gewonnen. Ja, und wie du dann schon gesagt hast, dann hat sich da sehr viel auf diesen, wie soll man sagen, auf diesen letzten Anstieg zugespitzt. Und ja, dann kam halt besagter Angriff von Emanuel Buchmann, der auch so, fand ich, so richtig mit Ansage war. Der ist da so rechts rausgefahren und hat sich dann mal alle so angeguckt. Hat er hinterher auch selbst gesagt, ja, ich habe gesehen, dass die alle schon ziemlich müde sind. Warum probiere ich es nicht mal? Und ja, der Antritt hat gesessen. Und das hätte nun wirklich, also zumindestens, ich hätte damit nicht gerechnet, dass er an diesem Tag, bei dieser Etappe, die ja, ich sag mal etwas für die, ich will nicht sagen kompakteren Fahrer, aber für die, nicht für diese ganzen leichtgewichtigen Bergfahrer, also dass er da so mitfahren kann, hat mich jetzt völlig, oder nicht nur mitfahren, sondern einen Akzent setzen kann. Ja, also wir haben ja alle gesagt, bei uns hier im Podcast im Vorhinein des Giros, das ist so die Kasus-Knaxus-Etappe für Emanuel Buchmann. Da kann es sein, dass er viel Zeit verliert. Und ja, da kann man wieder ein bisschen zurückkommen, auch auf die Team-Taktik vor dem Ruhetag vielleicht. Da haben sie halt die Mannschaft komplett eingespannt. Und er hatte auch, muss man ehrlich sagen, viel Glück jetzt auf dieser Etappe, weil er war, ja, so kann ich mich daran erinnern, 30 Kilometer vom Ziel, schon ohne Teamkollegen in der Gruppe. Der letzte, der da noch war, war Peter Sagan. Und dann war er halt auf sich gestellt als Solist. Andere hatten da noch Helfer an der Seite. Und wenn er da einen Defekt gehabt hätte, hätte das natürlich auch anders ausgehen. Aber am Ende muss man sagen, Chapeau. Also, ja, der Schottergott aus Ravensburg hat da einfach mal einen rausgekommen. So, und jetzt komme ich. Wir haben ja das Timbura oft genug für Sachen kritisiert und auch gesagt, ne, schlechtes Frühjahr oder, oder, oder. Und haben gesagt, hm, was soll das jetzt? Und Taktik, hm, er ist dieses Jahr das erste Mal die Strade Bianchi gefahren. Und wahrscheinlich auch in Hinblick auf diese Etappe ist da zwar nur 40. Oder man könnte sagen, hey, er ist 40. geworden. Aber da, also so ganz ohne Hintergedanken ist das nicht passiert. Und das hat sich jetzt, diese Teilnahme hat sich meiner Meinung nach an diesem Mittwoch ausgezahlt. Hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt, so im Nachgang habe ich mir das nochmal angeguckt. War wirklich die erste Teilnahme dieses Jahr. Und den Zusammenhang jetzt im Nachhinein herzustellen, ist ja offenkundig. Ja, klar. Also, man hat gesehen, bei seiner Strade Bianchi Teilnahme war er da völlig unter Fianer Liefen. Aber vielleicht hat er es auch einfach nur als Trainingseinheit genutzt, um sich da so ein bisschen die Gegend anzugucken und wie das so ist, da auf Schotter zu fahren. Ja, einfach mal, einfach mal mit solchen Rädern auch auf Schotter. Ich meine jetzt irgendwie zu Hause, wie du sagst, in Ravensburg mal so einen Feldweg runterbrettern, ist jetzt das eine. Aber in dem Feld mit, wie du eben sagtest, 60, 70 kmh, mit einem vielleicht 26 mm breiten Reifen auf Slicks da durchzurennen, ist nochmal ganz was anderes. Und da hat er vielleicht sich auch die Erfahrung gesammelt, die dafür nötig war, die Attacke so zu setzen oder zumindest mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein reinzugehen, als wenn du morgens da mit dem Rad am Start stehst und denkst, boah, so einen Kack, so einen Scheiß habe ich noch nie gemacht. Also, durchaus Lob diesmal Richtung Team Bora. Ja, man muss sagen, er war, also die Attacke konnte dann ja auch keiner mitfahren, er war von den Favoriten nach Bernal, sage ich mal, der zweitstärkste. Und man hat es in den Etappen davor schon so gesehen, auch am letzten Wochenende, dass er immer besser in die Rundfahrt reinkommt, desto länger die Rundfahrt ist. Und das macht auf jeden Fall, ja, viel Hoffnung für die schweren Etappen, die noch kommen. Und da hatte natürlich dann auch ein bisschen Glück, zum einen erst ein bisschen Pech, weil dann die EF Education nachgefahren ist, ihm hinterher, dass der Vorsprung nicht richtig groß wurde. Aber als dann Bernal losgefahren ist aus der Favoritengruppe, hat es halt genau gepasst, dass Bernal auf der Kuppe dran ist und sich dann Buchmann hinten reinhängen konnte bei Bernal. Ja, und dementsprechend er dann, ich will mal den zweiten Platz von diesen Verfolgern machen konnte, nur in Anführungszeichen drei Sekunden Rückstand auf Bernal, der ja von uns jetzt, sage ich mal, vor dieser Etappe schon als der Favorit hier, ja, schon als der Favorit auf den Gesamtsieg gesehen wurde. Und ich glaube, an der Meinung hat sich jetzt auch nichts geändert, oder? Also Bernals Auftritt, um jetzt vom Buchmann mal auf ihn rüber zu schwenken, also alles, was ich gesehen habe, war schon, dass man sagt, okay, wir hatten ja auch noch die Theorie, ich weiß nicht, ob wir oder nur ich, wer weiß, wie lange der Rücken hält, vielleicht holt er sich jetzt auch nur den Vorsprung, so viel Vorsprung raus, wie es irgendwie geht, den er später nur noch verwalten muss und auch das teilweise unter Schmerzen. Wenn das seine Taktik ist, dann macht er das sehr fulminant und wenn es nicht seine Taktik ist, sondern einfach so gut ist, dann ist er auch einfach sehr, sehr gut. Ja, also man muss sagen, an dem Tag Team Ineos taktisch eine glatte Eins, die haben alles richtig gemacht, sind da auf Attacke gefahren, in den Sektoren von vorne gefahren und auch Bernal mit seiner Attacke letzten Endes hat er da wieder Zeit rausgeholt. Man muss schon sagen, er investiert in dieser ersten Teil des Giros sehr, sehr viel erinnert, ein bisschen an Simon Yates vor drei Jahren, aber ich finde, Bernal ist ein anderer Fahrertyp, ich denke, der kann das dann eher durchstehen. Was ich nur so ein bisschen bezeichnend für Emanuel Buchmann fand, dass Bernal hinterher gesagt hat, er musste erst mal nachfragen im Radio, wie viel Rückstand hat denn der? Ja, genau. Und dann hat er wohl gemerkt, dass er da hinterher fahren sollte. Ja, das habe ich auch, wie viel Rückstand hat er? 1,37, naja, okay, dann irgendwann darf ich ihm nicht so viel Zeit geben, genau, das habe ich auch gelesen. Er hat mich einerseits ein bisschen gewundert, dass ich mir dachte, okay, so, also so groß war der Abstand jetzt auch nicht, also wenn ich so ein Bernal, also entweder er ist sehr, sehr, sehr selbstbewusst, dass er sich nur so, keine Ahnung, er merkt sich jetzt nur in Vlasov vielleicht noch und, keine Ahnung, wie lange haben wir noch, so ein Vlasov und Yates und Evenepul, das sind die, die ich schlagen muss, der Rest ist mehr Jacke wie Wumpe, fand ich auch sehr kurios, also, aber ich möchte mal zum Team Ineos so grundsätzlich gerade nochmal was sagen. Dieser Wechsel, den man ja, war das Anfang dieser Saison, in der letzten Saison, wo man gesagt hat, man möchte auch Spaß haben auf Angriff fahren und nicht nur verwalten und so weiter, das zeigt sich jetzt immer mehr, oder? Oder ist es jetzt einfach, ist das ein anderes Team Ineos schon, oder werden wir das erst in der dritten Woche ändern? Ich finde, es ist generell so ein bisschen so ein Philosophiewechsel und Dave Bradsworth hat es hinterher nach der Etappe auch nochmal im Interview gesagt, es ist genau das, was sie machen wollen, aktiver fahren, noch mehr in die Offensive gehen und die Mannschaftsstärke dadurch ausspielen und den Fans noch mehr bieten, als sie es vielleicht früher mal getan haben. Wobei ich das auch immer ein bisschen kritisch, also, weißt du, den Fans mehr bieten, na, das kann auch nach hinten losgehen, ne, also, weißt du, wenn du deine Fans sehr, sehr glücklich machst, durch eine Offensive und gewinnbringende Art und Weise zu fahren, bringst du natürlich auch andere, vielleicht irgendwann wird es dir als Arroganz rausgelegt und wird es dir dann, wird es sozusagen zum Bumerang für die anderen, durch die anderen Fans. Aber, ich sag mal so, was der Benalla an dem Tag abgeliefert hat, da kann man nichts Böses dagegen sagen, das war Radsport, wie man den so mag, zumindestens sehe ich das so und, ja, wenn Buchmann dann noch zweiter wird, also in dieser kleinen Gruppe oder in diesem Zirkel, umso besser. Jetzt hast du eben nochmal gesagt, schon angesprochen, der hinten im Feld rumturnte, wie schätzt du ihn jetzt danach ein, also, ähm, du hast es gesagt, ne, er hatte viel Glück, dass, ne, er hätte auch ganz durch einen Riss im Feld anders ausgehen können, aber wie siehst du seine Form nach diesem Tag so grundsätzlich, ist das das, was, ist er der gleich, ist er genauso, ist die gleiche Herangehensweise wie Buchmann, nur er hängt noch zwei, drei Tage hinterher? Ja, durch seine Fahrweise ist er ein bisschen so ein Dark Horse unter den Favoriten, aber ich würde sagen, äh, rechne damit, dass er in der letzten Woche der schärfste Konkurrent von Eger Bernal sein wird, weil er, denke ich, äh, so die Anti-Strategie im Vergleich zu 2018, äh, an den Tag legt und versucht, äh, möglichst konservativ zu fahren bis in die letzte Woche und dann sein Feuerwerk loslässt. Ich bin aber auch eigentlich ein Idiot, weil das sollten wir eigentlich gleich besprechen, wenn wir die nächste Etappe durchhaben, machen wir den Zwischenstand, okay, äh, Entschuldigung, mein, mein Fehler, ich glaube, dann können wir vielleicht danach mal so uns die ersten paar angucken und dann eine Einschätzung geben, das macht, ist, glaube ich, deutlich sinnvoller, wenn ich das, wenn ich mich selber korrigieren darf an dieser Stelle. Ähm, ja, am Gesamtklassmord hat an diesem Tag sich natürlich etwas getan und vor allen Dingen am erfreulichsten für Immanuel Buchmann, der von Team, äh, Quatsch, der von Team, der von Platz Nummer 15 auf Platz Nummer 6, nach vorne gesprungen ist, der den größten Satz, glaube ich, gemacht hat, neben Tobias Voss vom Team Jumbo, aber der ist auch von Platz 18 auf 9, also das ist jetzt nicht so entscheidend. Ähm, Bernal vor Vlasov, Damiano Caruso, wo mir immer noch das Herz blutet mit, äh, Landa, Hugh Carvey, Simon Yates Buchmann, Remco Evenepol hat den, ja, zweiten Platz abgeben müssen, ist auf Platz 7 mit 2,22 jetzt im Rückstand, dann Ciccone, Voss, äh, Daniel Philippe Martinez, ähm, auch noch schlimmer Tag für Den Martin, der zehn Plätze, ähm, nach hinten gerutscht ist, also der hat auch eine dicke Packung bekommen, ähm, und wen haben wir noch? Das war's, glaube ich, von den entscheidenden Leuten, also Den Martin. Ja, und wer noch ausgeflogen ist aus der Gesamtwertung an dem Tag, war David Formolo. Ah ja, genau. Der neun Plätze verloren hat und auch viel, viel Zeit eingebüßt hat an dem Tag. Ja, also die sind, äh, sind jetzt beide, Den Martin und Formolo, mit sieben Minuten Rückstand im Gesamtklassement, ähm, schade, ich, Den Martin ist immer so ein Fahrer, dem ich's auch mal gönnen würde, aber der auch regelmäßig irgendwie mal so einen richtig schlechten Tag hat, und, ja, er hat auch Zwillinge, ne, vielleicht ist es auch so fordernd. Who knows, who knows? Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, also ich weiß jetzt nicht genau, was er an dem Tag für ein Problem gehabt hat, ähm, kann ich so nicht beurteilen, aber er lag bis dahin sehr gut. Ja, also das ist, wie viel ist er reingekommen? Er ist an dem Tag mit neun Minuten Rückstand, äh, reingekommen, ne, mit sieben Minuten sechs Rückstand reingekommen, also das war schon ordentlich, da hat er sich an reingefahren. Man muss ja sagen, nach der Etappe sind die Abstände dann in der Gesamtwertung doch schon ganz schön ordentlich, also nur noch Blasov mit 45 Sekunden Rückstand, liegt innerhalb einer Minute in Schlagdistanz zu Bernal, und wer so ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist auch, äh, Damiano Caruso, ähm, 1,12 nur zurück, ein Fahrer, der eigentlich immer dabei ist, und, ähm, tendenziell auch, ja, im Hochgebirge super zurechtkommt, aber immer so ein bisschen in der Helferrolle gewesen ist. Das ist natürlich jetzt, äh, ja, ein bisschen ein Nachteil bei dem Team jetzt bei Bahrain Victorious, in dem Sinne, dass die, äh, schon arg dezimiert sind, also, da ist ja, ähm, Mikkel Landa raus, ähm, auch Gino Meda ist jetzt heute ausgestiegen, Raphael Walz ist da schon gestürzt, ja, und von daher sind die schon arg gebeutelt. Ja, wahrscheinlich werden die jetzt auch sagen, okay, macht oder wollt, würfelt morgens aus, für wen er fährt, die verbleibenden sechs Leute, ähm, ach nee, fünf sind es noch. Fünf sind es noch, genau, fünf, ähm, macht das, macht das Beste draus, Jungs, macht Kamikaze, ähm, macht was weint, ähm, machen wir den Cut, gehen wir zur Etappe Nummer 11, um dann danach den Vorausblick zu machen, ähm, das war heute eine Etappe, ich hab's nur gelesen, zwischen, lesen können, einfach so ein kleines bisschen, ich hab noch gar keine Bilder gesehen, ähm, ähm, im Grunde genommen scheint es so, also, was ich gelesen habe, und wenn ich es richtig zusammengefassen darf, äh, scheint sich zwischen den Gesamtklasse-Montfahrern nicht allzu viel getan zu haben, es wird wahrscheinlich, ich tippe einfach mal, ist eine Ausreißergruppe rausgegangen, ähm, die auch relativ groß gewesen sein muss, ähm, die hat sich dann, so ein paar Leute sind da rausgefallen, aber diese, im Prinzip, Gruppe aus 15 Fahrern, hat's dann am Ende unter sich ausgemacht, und hinten ist der Rest vom Fest einfach hinterhergefahren, und dort hat sich dann nochmal Nibali hervorgetan, der so ein ganz kleines bisschen Abstand zwischen sich und die anderen Favoriten gebracht hat, Nibali, der bis sonst eher einen ruhigen Giro gefahren ist, dem ich es heute sehr gegönnt hätte, der hätte gewonnen, wenn die Ausreißer nicht gewesen wären. Das ist richtig, ja, ähm, war ja eine sehr lange Etappe mit insgesamt 212 Kilometern von Siena nach Banjo di Romagna, und, ähm, es hat halt anderthalb Stunden gedauert, bis diese Ausreißergruppe erst mal stand, also, der Anfangsphase der Etappe war sehr, sehr schnell, weil sich halt jeder gedacht hat, ähm, an dem Tag, wenn ich in der Ausreißergruppe bin, komme ich auf jeden Fall vorne an und habe eine Chance auf den Sieg, und dementsprechend hart umkämpft war das in der ersten Rennphase. Es gab dann gleich nach dem Start auch schon leider einen Sturz, in dem dann unter anderem Marc Soler verwickelt war, der dann die Rundfahrt aufgeben musste, das war ein regelrechtes Drama, ich habe das da noch live mitverfolgt, der ist da, ja, so 20, 30 Kilometer, ähm, so drei Minuten hinterm Feld hergefahren mit einem Teamkollegen noch, und auch Gino Meda war dabei, ähm, und hatte sich dann... Da sind heute einige rausgeflogen, ne, also, wenn ich mir das genau angucke, also, ich weiß nicht, ob du in den letzten Stand hast, aber Alessandro Demarki ist raus. Genau, der Demarki hatte halt einen schweren Sturz auch, da dachte man schon, dann wieder das Schlimmste, weil der lag halt, ja, minutenlang da am Straßenrand regungslos und die haben den da auf der Trage buxiert, ist aber scheinbar dann nicht so schlimm gewesen, da gab es dann irgendwann Entwarnung und Marc Soler, wie gesagt, der war auf den Rücken gefallen und, ähm... Ist dann auch nur die ganze Zeit, also, selbst wenn er ins Ziel gekommen wäre, wäre vielleicht disqualifiziert worden, weil der ist nur hinterm Teamwagen hinterher gefahren und sobald das irgendwie schneller wurde, wurde er dann halt, äh, abgehängt, aber, ja, hat dann irgendwann keinen Sinn mehr für ihn ergeben, da noch irgendwie, äh, weiterzufahren. Mhm, also Marc Soler, Gino Meda, Fausto Masnada, Kurbe Gusens, Alessandro Demarki, die sind alle heute Opfer dieser Etappe geworden. Alex Dowsett auch noch, ja. Alex Dowsett, genau, ja. Ja, und, äh... Den Rest habe ich hoffentlich einfach nur von den Zahlen, die ich sehe, richtig, einigermaßen richtig beschrieben. Ja, diese Ausreißergruppe hat dann, äh, den Sieg unter sich ausgemacht und, ähm, vier Fahrer haben sich da am Ende, äh, absetzen können. Brambia, Chris Hamilton, George Bennett und Andrea Vendramme. Mhm. Und das war halt recht kurios, wie sich das auf den letzten Kilometern zugetragen hat, weil aus dieser, äh, Spitzengruppe, die waren zu viert, sind dann Chris Hamilton und Andrea Vendramme rausgefahren vorne. Und die sind aber nicht irgendwie, die haben sich davon geschlichen sozusagen, weil sich, äh, Brambia und George Bennett so bekriegt haben, also die müssen sich abgrundtief hassen. Und werden wahrscheinlich nie wieder Freunde, ähm, weil die, die haben halt, also die hätten einfach nur am Rad bleiben müssen, aber einer von beiden, ich weiß gar nicht, wer es war, hat einfach dem anderen das Loch aufgemacht und gewartet, bis der andere zufährt. Aber der ist natürlich nicht gefahren und somit, äh, haben sie den Etappensieg verspielt. Vorne hat dann Andrea Vendramme den, den Sprint gewonnen und, ähm, dahinter, ähm, beim Sprint um Platz drei, äh, lustiger oder kurioserweise wurde dann Brambia auf, von Platz drei auf Platz vier zurückgesetzt, weil er eine Welle gegen Bennett im Sprint noch gefahren ist. Beim, äh, beim Sprint um Platz drei mit ein paar Sekunden Rückstand noch den anderen, also im Zweikampf sozusagen hinterher distanziert zu werden, das ist, glaube ich, das Demütigste, also dafür wirst du entweder von deinen Mannschaftskollegen so komplett ausgelacht und gehänselt eine ganze Saison oder gefeiert, weiß ich auch noch nicht so genau. Muss ich mir nochmal die Bilder wahrscheinlich von angucken. Zurecht findest du, oder? Äh, völlig zurecht, ja, aber, ähm, die haben sich da beide nichts genommen, also, das war wie im Kindergarten, wie die sich da benommen haben. Aber hast du noch nie irgendwann, vielleicht weiß ja irgendein Hörer, ob es da mal irgendwann einen Zwischenfall zwischen den beiden gab, ähm, oder wird man jetzt vielleicht auch noch heute am heutigen Abend oder morgen irgendwo einen Artikel lesen, warum die sich so hassen? Keine Ahnung. Ja, was dann noch, äh, sehr interessant war, war hinten, was bei den Favoriten passiert ist, da war eigentlich gar nichts los, bis dann irgendwann Drexelgafredo sich entschlossen hatte, wir machen heute mal auf Krawall. Die haben sie, vielleicht waren die alle so auf Krawall, also Prämia ist auch Drexelgafredo, vielleicht hatten die heute morgen was Falsches im Kaffee. Wer weiß, in ihrem Segafredo, das würde ja passen. Ja, da hat dann erst, äh, Ciccone angegriffen und, äh, dann kam Nibali von hinten noch, der auch noch angegriffen hatte, in der Steigung, die beiden wurden dann aber von Team Ineos wieder kurz vor der Gruppe gestellt und, ja, Nibali, der hat sich dann gesagt, ähm, ich fahre jetzt einfach mal schnell hier die Abfahrt herunter und, äh, hat damit für ziemlich viel Panik in der Favoritengruppe gesorgt und, ähm, dann war es so, dass er vorne, ja, einen kleinen Vorsprung rausfahren konnte und dann war eigentlich schon wieder Ineos, die sind da halt voll hinterhergekachelt und, äh, die waren schon wieder dran, aber, ähm, ja, haben dann meiner Meinung nach einen taktischen Fehler gemacht, weil, klar, mit Nibali da runterzufahren, ist einer der besten Abfahrer und, ähm, da hat's dann irgendwann Gianni Moscon in der, äh, Linkskurve gekostet, der hat sich da abgeräumt, hat sich's gekostet, als er dann versucht hat, äh, da hinterherzufahren und, ähm, von daher, ähm, wie gesagt, ich hätte das, ähm, wenn ich da in der Teamleitung wäre, hätte ich meinen, meiner Mannschaft gesagt, äh, lass den halt ruhig 30 oder 40 Sekunden Vorsprung rausfahren, der hat über vier Minuten Rückstand und wird den Giro sowieso nicht mehr gewinnen, äh, was soll's, also, warum sollen wir da unnötig Risiko nehmen und so ist es dann so gewesen, dass die halt in die Falle getappt sind und jetzt, äh, da noch, ähm, nicht einen Teamkollegen verloren haben, glaube ich, Moscon geht's relativ gut, so wie ich jetzt gelesen habe, ähm, aber natürlich jetzt einen angeschlagenen Teamkollegen noch, äh, wieder haben, was eigentlich überhaupt gar nicht notwendig gewesen wäre. Ja, das frage ich mich jetzt, also nach deiner Beschreibung frage ich mich, dass, oder hätte man an den Zahlen auch jetzt schon wieder fast sehen können, äh, mit dem Wissen, dass er so ein paar Sekunden bei dieser Abfahrt rausgeholt hat, absolut berechtigte Frage, ne, also, weil, wenn, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sie haben noch ganz, ganz, ganz großen Respekt und Angst vor Nibali, Wird mich jetzt freuen, wenn, wenn sie ihn so gut einschätzen und wenn wir von ihm vielleicht noch was sehen, also hätte ich jetzt gar nichts gegen, ähm, aber wenn sie beim Buchmann fragen, äh, wenn Bernal beim Buchmann fragt, wie lange ist der, wie weit ist der eigentlich hinten und der kriegt 1,67 und kriegt bei Nibali 1, äh, dann über vier Minuten, warum man da, Alarm macht das für mich auch nicht nachvollziehbar, also, wer weiß, also, vielleicht, vielleicht hat er sich auch, hat er auch das ganze Team, Drexiger Fredo, das ganze Peloton gegen sich aufgebracht, dass sie ihn nicht wegfahren lassen wollten. Vielleicht hat er sich ihren Kaffeevorräte nicht geteilt, weißt du, die waren die einzigen, die Kaffee haben, aber dann keinen abgegeben und deswegen waren alle so total angepingelt. Das mag sein, ja, aber ich fand das, also, ich persönlich bin ja ein Fan davon, wenn so ein Team auf so einer Etappe, äh, ja, ich will nicht sagen eine Fernsehattacke macht, aber einfach mal so, äh, was für die Fans bietet auch und nicht nur, äh, dann versucht, äh, irgendwie Platz 12 oder 13 zu verwalten, sondern einfach mal versucht, so ein bisschen Chaos ins Rennen zu bringen und, äh, den Leuten ein Spektakel zu bieten. Und da hat man jetzt gesehen, das war so, ja, von Nibali das erste Lebenszeichen in diesem Giro, wie gesagt, also, der fährt da immer noch mit dem gebrochenen Handgelenk rum und dann so die Abfahrten runter zu knallen, das ist so, äh, Jens Vogt hat das am Fernsehen, äh, ganz gut formuliert, äh, entweder Krankenhaus oder Podium. Ja, und man muss ja auch sagen, sie haben alles richtig gemacht, also, ne, auf ihre Art und Weise, zumindestens. Wir sprechen jetzt über das Team-Tricks-Gerfredo, einfach weil der eine vorne im Zweiersprung noch eine Welle fährt und Nibali hinten Alarm macht und, äh, wenn man das nochmal aufgreift, was der Chris am vergangenen Sonntag gesagt hat, nun ja, ja, es ist Marketing, es sind Sponsoren, die dahinter stehen und in diesem Falle sehe ich das auch so und wenn dann, wenn es am Ende dadurch das Rennen belebt, okay, ne, also, das, Nibali ist ja immer jemand, der auffallen kann, so oder so oder so, ne, also, es ist jetzt ein, es ist eine Gestalt, sag ich mal. Ja, findest du auch beachtenswert, dass er sich da mit seinen 36 Jahren, ich meine, der könnte auch sagen, genieß meinen Ruhestand, äh, ähnlich wie Valverde könnte das ja auch sagen, sich da auch nicht zu schade ist, sich da in den Dienst deines Teamkollegen Ciccone zu stellen. Ja, vielleicht hat er auch einfach nur Spaß an der Sache, das kann ja auch sein, ne, also, oder hat das Kohle, hat die Kohle genauso wie andere durchgebracht und muss jetzt noch fahren, who knows? Das war die Etappe von heute, dem 20. Mai, ähm, Donnerstag, um genau zu sein, ähm, es hat sich in der Gesamtwertung dadurch nicht wirklich etwas getan, äh, ich muss mal gucken, wer ist denn rausgefallen, einer von den Fafs ist relativ, Ja, Max Holler hat sich verabschiedet. Max Holler, natürlich, genau, der Fafs, der von, der aus den Top 10 raus ist, das heißt, ab Platz 10, also Bardet, auch unauffällig gefahren die letzten Tage, Bardet ist jetzt einen Platz nach oben gerückt und alle, die dahinter waren, äh, aber ansonsten, Top 10 hat sich nichts getan, ähm, vielleicht kurz an der Stelle dann noch nochmal das Führungstrikot in der Punktewertung, Peter Sagan von Fernando Gaviria, ähm, Davide Cimulay, Lieviviani, Nizzolo, Giavi, Giavazi, also die üblichen Verdächtigen in diesem Falle, da hat sich auch nichts getan, Bergtrikot, vielleicht dann nochmal darauf hinweisen, ist mittlerweile Jeffrey Bouchard, der sich die Punkte ja eigentlich so, ich sag mal nicht jetzt in den letzten Tagen, sondern davor geholt hat, letzten Tagen ist ja alles von Ausreisern irgendwie mitgenommen worden. Ja, war heute auch in der Spitzengruppe, aber ich glaube nicht, dass der da am Ende vorne sein wird. Ja, und vor Bernal, äh, auf Platz 2, das Jugendtrikot ist wahrscheinlich auch bei Bernal, wird getragen von Vlasov und Evenepoel, im Grunde genommen auch krass, dass die ersten drei, im Prinzip könnte so am Ende auch das Podium aussehen, ne, Bernal vor Vlasov und Evenepoel, boah, sind wir alt, die Jugendtoren tut schon ein, das könnten schon unsere, naja, und das ist ein Team Ineos von dem Team Trek, vor dem Team DSM, also das deutsche Team auf Platz 3 in der Mannschaftswertung, was auch schön ist. Gut, das war Etappe Nummer 12, können wir jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, wie es jetzt weitergeht, also im Sinne von, der gewinnt das Ding jetzt nicht, also machen wir doch mal vielleicht so ein bisschen, äh, wie heißt es in der Politik, gerne Favoritencheck, indem wir die Gesamtklasse-Mons-Tableau uns mal anschauen, und dann mal sagen, sind da noch, äh, Leute zurecht oder, oder nicht, ähm, Bernal auf Platz 1 im Moment, joa, ich sag mal, ihnen geht's zu schlagen am Ende des Tages, oder? Ja, ich würde sagen, ähm, also so wie ich es momentan einschätze, äh, wird Bernal kaum zu schlagen sein, also auf der Straße, höchstens wenn noch irgendwie sein Rücken sich wieder bemerkbar macht, oder wenn er einen groben taktischen Fehler macht, aber ich finde, er fährt sehr clever, und, ähm, im Gegensatz, wie gesagt, zu Yates, schätze ich ihn auch so ein, dass er sowas über drei Wochen durchhalten kann, also ist so jetzt mein Top-Favorit für den Giro-Sieg, aber dahinter geht's halt sehr eng zu noch. Ja, also ich bin, ich, ich wünsche ja keinem Fahrer was Schlechtes, nie und nimmer, außer den, den ich namentlich nicht nenne. Es wäre natürlich jetzt, wenn er irgendwie, keine Ahnung, in der letzten Woche noch mal ein Rückenleiden bekommt, äh, was großes Drammen auslöst, und so weiter und so fort, das würde die ganze Sache noch ein bisschen Spannung geben, aber ich denke auch, zum derzeitigen Zeitpunkt, bei einwandfreier Gesundheit geht der Sieg nur über Bernal, und, äh, das wird schwierig, ihn noch zu schlagen, vor allen Dingen bei dem Team auch, also bei diesem starken Team. Wobei ich aber auch sagen muss, die haben jetzt schon sehr, sehr viel gearbeitet, und, ähm, wie gesagt, jetzt Moscon ist auch noch mal gestürzt, und sie haben ja schon mit Pavel Sivakov einen ganz, ganz wichtigen Fahrer verloren. Ja, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der Weg, den sie da gehen, ne, dass sie jetzt versuchen, okay, die anderen jetzt zu beeindrucken, ich meine, der Abstand ist noch nicht groß, aber Bernal hat sich einfach noch an keinem Tag irgendwie eine Blüsse gegeben, also das, das, das sieht schon ganz gut aus. Geschwächelt, ne, also so nach dem Motto eliminieren, oder einfach so Vierfahrer, wenn einer von denen fährt, hänge ich da dran, aber nichts attackieren, nur wenn dann auf dem letzten Kilometer, wenn du dich wirklich hundertprozentig gut fühlst, um noch so moralischen jemandem anderen mitzugeben, aber ansonsten Fahrer verwalten. Kann aber auch sein, dass das erst nach dem Sonnkola passieren wird, also, ne, dass sie da noch mal sagen, okay, das wird jetzt noch mal eine Attacke, da gehen wir noch mal völlig ins Ganze, ich muss mal gucken, ich weiß es auswendig nicht, was ist denn, Sonnkola ist am Sonntag, ne? Sonnabend. Samstag, also, Sonnabend, wer sagt denn Sonnabend, Mann, am Sonntag, äh, Samstag, mein Gott, ähm, Sonntag wird eine ruhige Etappe, Montag ist jetzt auch wahrscheinlich wenig spektakulär. Montag ist die Königsetappe. Hm, bin ich am richtigen Tag? Äh, ah, ja, 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 ich hab mich hier vertippt. Dienstag ist der Ruhetag, genau, ich bin im Ruhetag durcheinander geraten. Ähm, hab ich den Faden kurz verloren, ähm, genau, ich glaube, dass sie bis zum Sonnkola noch, also Sonnkola wird noch mal eine, Etappe, wo sie von sich Initiative ergreifen werden und ab dann verwalten, das kann ich mir gut vorstellen. Aber, Vlasov, ähm, Nummer zwei im Moment. Ich hab so irgendwie von dem, was ich sehe, von dem, wie es ihm läuft, hab ich, entweder, das gibt's zwei Möglichkeiten, entweder, der ist wirklich sehr, sehr gut drauf, weil so richtig Attacken und so weiter sieht man ja nicht so viel von ihm. Entweder, der hat Angst, weil er sich seiner Stärke selber gar nicht bewusst ist, oder der ist eigentlich auch noch so ein bisschen im Formaufbau und wird in der dritten Woche dann richtig Gas geben. Er fährt so unauffällig, weißt du? Ja, ich finde, er ist von Anfang an sehr gut in Form und ist ja auch noch ein sehr junger Fahrer mit 25 Jahren, der jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung bei großen Landesrundfahrten hat, von daher ist es für ihn auch so ein bisschen Stochern im Nebel noch. Und, ähm, aber hat natürlich mit Astana eine Mannschaft an seiner Seite, die bei sowas, also, äh, auf Classemont fahren, bei einer Grand Tour sehr, sehr erfahren sind. Aber, ja gut, hat jetzt nicht die allerstärkste Mannschaft, aber sie sind jetzt natürlich auch, ja, mit einem Goka Isagiere, Luis Neon Sanchez oder auch ein Terrada beispielsweise, sind sie fürs Hochgebirge einigermaßen brauchbar aufgestellt. Mhm, aber jetzt hat es jetzt auch einmal der Dritter geworden, aber immer sonst so drei, also, ich bin gespannt, also, ich kann mir beides gut vorstellen, ich kann mir beides gut vorstellen, dass er auf einmal, also, dass er sich bis jetzt irgendwie so Faust in der Tasche gemacht hat und auf einmal wie aus dem Nichts kommt, ja, ja, okay, wie aus dem Nichts ist jetzt falsch, aber, dass er auf einmal seine Stärke wirklich aufblitzen lässt, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das so eine Nummer wird, dass er jetzt so ganz langsam wie so eine Primal eingeht und so langsam nach hinten durchgereicht wird und dann wie ein Zehnter wird. Und das, ich würde es mir nicht wünschen, weil ich glaube, weil ich möchte einen spannenden Giro haben, aber der ist für mich noch so völlig undurchschaubar. Ähm, ja. Caruso, Kaffee, hm, hm, hm. Ich finde, Jukasi fährt ein sehr gutes Rennen, also auch die ganze Mannschaft, EF Education, man hat gesehen, auf der Etappe über die Strade Bianca-Sektoren waren die am Ende das stärkste Team, die hatten noch, äh, Bichol dabei, die hatten noch, äh, Jukasi dabei und noch einen dritten Fahrer oben, Guerrero, ähm, von daher sind die sehr gut aufgestellt und er fährt auch ein relativ konservatives Rennen, finde ich, bislang, von daher rechne ich doch damit, dass der sich da oben, äh, festbeißen kann. Ähm, aber ist für mich jetzt so, Kandidat 5 bis 10, irgendwie wird er sich da, wie du sagst, festbeißen. Ähm, Caruso, glaube ich, wird so ein oder zwei, wird vielleicht noch eine Etappe abschießen, aber wie du eben schon sagtest, mit diesem Team, äh, mit diesem geringen Team weiß ich nicht, ob das was Gutes wird. Ähm, es ist halt sehr schade, dass eigentlich, ja, der größte Konkurrent von Bernal mit Landa schon ausgeschieden ist, weil es ist wieder ein Team weniger, das das Rennen hätte, äh, animieren können. Ja, und sie erfordern können. Deswegen bricht wieder mehr für Bernal. Ja. Simon Yates, der Fahrer, von dem ich am meisten irgendwie noch seinen Sprung erwarte und wo ich auch die Hoffnung irgendwie nicht aufgeben möchte, der kommt noch. Glaube ich auch, ja, ich hab's ja schon gesagt, ich rechne eigentlich damit, dass, äh, Simon Yates das bewusst macht und so defensiv fährt als Antitaktik zu 2018 und dann in der dritten Woche so richtig auftritt und da, äh, ja, der größte Konkurrent von Bernal wird. Also, ich würde ihn jetzt, Stand jetzt, äh, ja, doch auf dem Podium sehen. Samstag, Sonntag, Montag, ähm, das wären die drei Tage, die wegweisend, glaube ich, für Simon Yates sein werden. Hm? Definitiv. Buchmann, puh, schwierig. Also, ich fand diese, äh, Geschichte da auf dem, auf dem Kopfstein, nicht Kopfsteinpflaster, auf dem, äh, auf dem Schotter wirklich, wirklich beeindruckend und ich hoffe ein bisschen, ich hoffe so ein bisschen, dass er und Yates so in die gleiche Richtung gehen und dass wir ihm am, gleich auch, ne, Samstag, Sonntag, Montag, vor allen Dingen am Samstag, dass wir da von ihm einen Sprung noch sehen. Also, dass er jetzt im Moment ist er auf Platz Nummer 6. Wir gehen mal davon aus, dass morgen nichts passiert in der Gesamtwertung. Ich würde mir wünschen, dass wir ihn morgen den Top, äh, ab Samstag auf Ende den Top 4 sehen. Kann ich mir gut vorstellen, weil man hat gesehen, bei der Tour de France 2019, wo er so gut war, wo er vierter war am Ende, ist er ja in der dritten Woche tendenziell eher besser gewesen. Mhm. Oder geworden. Und das ist halt so ein klassischer, ja, wie soll man sagen, so ein Diesel, der, äh, je schwerer und länger die Etappen sind, desto besser wird der auch und desto mehr, und das, desto mehr Pässe es gibt. Und das richtige Hochgebirge kommt ja jetzt erst noch. Also Samstag ist, finde ich, so eine Etappe, die so einem Emanuel Buchmann nicht so entgegenkommt mit diesem Superstein Monte Zoncolan. Aber die Etappe am Montag, das ist was, wo er glänzen kann mit den, äh, vielen Höhenmetern und den, ähm, ja, vier richtig schweren Bergen. Okay, dann einigen wir uns darauf, dass er am Montag unter den Top 4 sein wird. Kann ich mir gut vorstellen, ja, und, ähm, realistisch gesehen ist für ihn noch alles drin. Also, das Podium ist in Reichweite, das sind jetzt nur, er hat 1,50 Rückstand, was sind das, 38 Sekunden? Ja, absolut. Das ist seine Achillesferse. Also, da wird er schlechte Karten haben, wenn er mal in die Position kommt, irgendwie was verteidigen zu müssen. Sei es irgendwie ein Podiumsplatz oder eine gute Platzierung, weil, finde ich doch schon, ja, arg enttäuschend, wie die bislang fahren. Also, klar, die müssen auch viel für Peter Sagan arbeiten, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es richtig ist, dann so ein Matteo Fabro oder ein Felix Großschadner, die ja eigentlich Helfer für Buchmann sind, da auf den Flachetappen für Sagan einzusetzen. Und vielleicht wissen sie das auch. Vielleicht sagen sie, wir möchten gar nicht so früh irgendwie ein Trikot, wir möchten gar nicht in die Situation kommen, ein Trikot verteidigen zu müssen, sondern wenn, dann machen wir das erst in der letzten Woche, in der zweiten letzten Wochenhälfte. Möchten wir, wenn überhaupt, erst in das große Trikot schlüpfen, wenn dieses weit, weit entfernte Ziel überhaupt für sie so gegeben ist, weil sie es vorher gar nicht verteidigen können. Ähm, Evanepol, ich sag, so leid es mir tut, da kommt nichts mehr. Irgendwie so gefühlt, also wenn, ich befürchte fast, dass der am Samstag nochmal richtig eingehen wird. Es kann so oder so laufen, also wie gesagt, er kann entweder jetzt aus Rang und Traktanten fliegen, also er selbst sagt, dass er einfach einen schlechten Tag gehabt hat, was normal ist, wenn er so lange keine Rennen gefahren hat. Also kann natürlich auch was Wahres dran sein und dass er nochmal zurücksteht, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja und dann, Ciccone hatten wir jetzt nochmal so auch in den allerweitersten Kreis, aber ich finde so ab Evanepol, dann wird es auch schon dünner. Bardet ist auch noch so ein Fahrer, wo ich mir denke, naja okay, der hat jetzt schon dreieinhalb Minuten, das ist nicht gerade wenig, aber ist ein Fahrer, den man vielleicht auch noch so in die Top 5 sich hochkatapultieren kann von Platz 11. Nibali, dem wünsche ich immer noch aus diversen Gründen einen Etappensieg, dass das noch gut wird, aber ansonsten. Also wie gesagt, ich glaube so die ersten 7, 8 Fahrer, die werden jetzt schon ungefähr da diese Positionen bis Ciccone unter sich ausmachen, bei dem weiß ich immer auch noch nicht genau, ob bei dem nicht auch hinten raus das Benzin eher knapp wird, aber so Tobias Voss ist halt so ein Newcomer und Daniel Philippe Martinez wird sich da glaube ich irgendwann verabschieden, weil er für Bernal arbeiten muss. Ja, ja, auf jeden Fall. Sag mal dein Podium jetzt, oder sag mal deine Top 3, oder warte, ich schreibe mal meine Top 3 auf, aber nicht in der richtigen Reihenfolge und dann sagst du deine Top 3 und dann lese ich meine vor. Soll ich meine sagen? Ich würde sagen Bernal auf 1, 2 Yates, 3 Buchmann. Ja, exakt das gleiche habe ich auch. Also habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber das wäre auch mein Tipp gewesen. Boah, dann brauchen wir jetzt nicht mal gucken eigentlich, Bums zu machen. Wenn wir das jetzt hier so beschlossen haben, dann ist das ja gut. Dann ist ja noch so viel offen und wir waren ja noch nicht mal richtig im Hochgebirge, also das kommt ja jetzt alles erst noch von daher. Ja, aber wenn unsere Expertisen das doch schon sagen, also dann ist das ja klar. Ne, also das wäre im Moment auch mein Ding und ich bin gespannt, also es würde mich auch nicht wundern, wenn es am Ende ganz, ganz anders kommt. Aber nein, das ist der Radsport. Und der Radsport wird nicht nur in Italien betrieben, wo zwar gerade der Fokus besonders drauf ist, aber auch woanders, nämlich in dem schönen Landstrich Andalusien, wo die Andalusien-Rundfahrt jetzt zur Zeit stattfindet. Und da war heute, wenn ich es richtig sehe, die dritte Etappe, auch eine recht bergige, von Bais de Suera nach Villa Rodrigo, Puerto de Onzares. Ja, 177 Kilometer, nur rauf und runter im Prinzip. 4158 Höhenmeter, mein lieber Herr Gesang. Könnte auch fast eine Königsetappe bei der Vuelta sein, möchte man so meinen. Ja, und wie ich finde, sehr erfreulich fürs Team Movies da und auch für mich, weil ich ihn sehr mag. Miguel Anker-Lopez hat seinen ersten Sieg für seine neue Mannschaft eingefahren. Ich sehe den immer noch im Astana-Trikot, tut mir leid. Also so vor Augen, also Miguel Anker-Lopez ist, ich glaube, du wirst mich noch in fünf Jahren fragen können, wo fuhr Miguel Anker-Lopez? Dann würde ich immer sagen, Astana. Und wenn du sagst, bei Movies, dann, ey, kann sein. Irgendwie ist der für mich mit Astana. Das ist, glaube ich, jetzt der Fahrer nach wie eine Kure, auf den ich am meisten mit Astana verbinde. Ich habe keine Ahnung, warum. Irgendwie in meinem Kopf. Ja, weil da kommt jetzt übrigens auch. Und den Samstag. Den auch, ja. Und da kommt jetzt übrigens Ende Mai auch die langersehnte zweite Staffel dieser Movies-Star-Doku, also zumindest schon mal auf Spanisch raus. Ach, das kommt erst auf Spanisch? Aber ich glaube, beim letzten Mal gab es auch schon direkt englische Untertitel, ne? Das mag sein, dass es dann auch kommt. Aber auf jeden Fall kann man sich da schon drauf freuen. Ja. Ja, das war für mich auch eine sehr, sehr positive, nette Überraschung, der erste Teil davon. Ja, Miquel Anke-Lopez, wer war denn da noch so dabei, wenn man sich mal die Namen anguckt? Ich sehe da sehr viele spanische Flaggen in der Übersicht. Oskar Rodriguez, dann ehemalige Mannschaftskollege, Platz 10, Carlos Rodriguez von Ineos. Naja, also schon eine relativ spanische Angelegenheit dort. Ja, definitiv. Also da war jetzt nicht die Crème de la Crème de Classe-Mont-Fahrer irgendwie am Start. Ja, aber muss man trotzdem auch erstmal gewinnen. Muss man trotzdem erstmal gewinnen. Gut, und dann haben wir als drittes noch, nee, nicht als drittes, sondern als Punkt sonstiges, dass Patrick Lefebvre trotz seiner vielleicht nicht überragenden, wie soll man sagen, trotz nicht der überragenden Leistungen seines Teams, eine Verlängerung mit Quick-Step eingeheimst hat oder sich abgeholt hat, und zwar bis ins Jahre 2027, das heißt noch weitere acht Jahre, ja, doch, acht Jahre, nee, Quatsch, 27, 21, 26 Jahre, mein Gott, ich wusste auch immer, stimmt nicht. Holt der Quick-Step mit wieder an Bord, sind bereits, ich habe es jetzt durch Zufall hier in dem Artikel gesehen, seit 1999 Sponsor und das nenne ich mal Kontinuität. Ja, also einer der längsten Sponsoren im Radsport, die da aktiv sind, also ich kann mich eigentlich nur an Kofidis erinnern, die jetzt... Aschidesea? Aschidesea, ja, die sind ähnlich lange dabei, aber ich glaube nicht ganz so lange wie Quick-Step. Wer ist jetzt nur der einzige Name, der mir sonst noch so eingefallen ist, ansonsten müsste man wahrscheinlich, vielleicht gibt es wahrscheinlich irgendwie so ein italienisches Zweitligateam, was schon seit drei Generationen vom Bauunternehmer des Dorfes unterstützt wird. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe das jetzt noch nicht so richtig durchblickt, wie dieses ganze Sponsorenkonstrukt bei ihm da funktionieren soll, weil der König steigt ja aus, also das ist ja bislang der Hauptsponsor. Sucht er jetzt noch nach einem neuen Hauptsponsor oder sagt, Quick-Step, wir geben jetzt wieder so viel Geld, weil wir dann wieder Hauptsponsor sind? Oder fährt er einfach mit ganz abgespecktem Budget weiter und lässt sich die Option noch offen, vielleicht auch noch einen anderen Sponsor wiederzufinden? Nee, also klar, das wird wahrscheinlich immer Plan B sein, mit abgespecktem Budget weiterzufahren, und der gibt ja jetzt auch Fahrer ab, aber wenn er jetzt sagt, wir wollen immer ein Siegerteam bleiben und träumen von einem belgischen Fahrer, der in Zukunft die Tour de France gewinnen wird, ich meine, ich träume da auch davon, dass ich irgendwann nochmal die Tour de France gewinnen werde, aber bei mir bin ich relativ sicher, dass das nicht passieren wird. Ich glaube aber schon, dass Patrick LeWilfe davon ausgeht, dass er es irgendwann noch schaffen wird, einen Fahrer zu kreieren oder einen Fahrer aufzubauen, wie jetzt Antoinette Pol, der das schaffen kann. Ja, damit kann er ja nur einen meinen. Ja, klar. Aber wer weiß, wer noch kommt. Oder vielleicht, ne, Alaphilippe? Der ist ja kein belgischer Fahrer. Ach so, ja, belgisches Team, belgischer Fahrer, da ist er, ja, okay, Punkt für dich. Das ist aus dem, also das, was ich gelesen habe, war auch, machte das jetzt nicht klar, ob er jetzt nur Quick-Step, also ich glaube aber schon, dass er dann auch mindestens einen zweiten Fahrer da reinholen will ins Boot. Und sei es nur ein großer Rad. War da nicht auch mal, nee, wie war das, Bennett nimmt Specialized mit, nee, wie war das nochmal, wie war die Ruchharde? Theoretisch, was wir gesagt hatten, dass Peter Sagan zum Movistar geht und dann Movistar Specialized. Auch vielleicht geht er auch zu Defevere. War es nicht auch mal gut? Ja, aber da ist ja schon Specialized. Vielleicht geben die dann nochmal mehr Geld, ich weiß es nicht. Ja, genau, das ist vielleicht der Punkt. Er hat ja jetzt auch gesagt, er weiß nicht, woher diese Sagan-Gerüchte kommen und ist schon wieder so ein bisschen verdächtig, finde ich, dass er sich überhaupt dazu äußert. Dann ist da vielleicht was im Busch. Ich wollte gerade sagen, Lefevris, die Mentis sind ja nun eigentlich die Bestätigung von allem. Ja, aber klingt interessant, also ich bin gespannt. Auf jeden Fall für den Radsport als Ganzes eine gute Nachricht, dass da ein Sponsor so lange verlängert und auch von außerhalb steigert, dass er sozusagen die Bekanntheit dieses Teams, also wenn ich jetzt fragen würde, so bei Sportfans in meinem Bekanntenkreis, welche Radsportteams kennt ihr, dann ist Quickstep immer eins davon, logisch, weil die schon so lange dabei sind. Ja, wobei ich mir denke, mein Gott, die machen doch nur verkackten Fußboden. Also ich kenne mich im Fußboden nicht aus, aber dass der Markt des Fußbodens so viel hergibt, dass man so viele Jahre so viel Kohle da reinbuttern kann, da muss es denen ja echt gut gehen. Andererseits, also es gibt so bestimmte Branchen, die werden immer benötigt. Und Fußboden, ich habe noch keine Wohnung ohne Fußboden gesehen. Nee, das wären fast ohne Boden. Ja, das wären fast Fußboden ohne Boden. Friseure und Fußboden geht immer, alles mit F. Die anderen Sachen mit F werden mir, was geht noch Fußboden, was brauchst du auch immer? Ach, ganz viel. Kartoffeln. Das war es dann für heute. Nur eine Stunde, fünf heute im Vergleich zu sonst, aber drei Etappen, Lefebvre, Analysium-Rundfahrt, da war ja alles dabei. Und unsere Tipps für das Finale des Giros. Also, dann machen wir das heute noch mal ein bisschen ausführlicher, was ich sonst immer so ganz, 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 ganz kurz mache. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch könnten wir das nicht machen oder würden das nicht machen. Zuletzt haben wir auch mal wieder von jemandem, ich glaube, fünf Stunden Auphonic-Zeit bekommen. Das ist auch immer ganz, ganz, also das ist eigentlich fast mit das Allerbeste, weil wir investieren sonst die Spenden in Auphonic und wenn ihr uns Auphonic-Zeit schenkt, dann können wir uns die Lumbik sparen. Das ist super. Und Auphonic benutzen wir, damit das alles ein bisschen schöner klingt. Sonst, also jetzt, der Thomas ist zum Beispiel viel, viel leiser, als ich jetzt das hier bin, aber ihr später in der Aufnahme hört, dass es gleich laut ist, weil es Auphonic ist. Ja, vielen Dank dafür an den Spender. Danke, wenn ihr immer über unsere Seite geht und dort oben gibt es den Punkt, wir nach Home unterstützen. Wenn ihr da in das Amazon-Fenster etwas eingebt, dann geht diese Session sozusagen über uns und dann ist da so eine ID oben drin und das bedeutet, wir kriegen ein winziges kleines bisschen davon ab. Ich weiß, Amazon kann man böse sehen, allerdings, wenn ihr eh dort etwas, ihr sollt ja nicht kaufen, ihr sollt ja nicht so etwas kaufen, weil wir es möchten, sondern ihr könnt dort etwas, wenn ihr dort eh etwas kauft, dann könnt ihr das für uns sozusagen über uns machen und dann haben wir auch was davon und Jeff Bezos wird weniger reich. Oder auch Danke an alle, die direkt an uns etwas kleinen Obelus spenden. Das ist, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr so etwas auch einrichten möchtet oder warten und machen möchtet, dann meldet euch gerne per E-Mail oder über die Webseite. Wir werden mit Sicherheit euch da eine Möglichkeit geben. Wir möchten damit nicht viel Geld machen, sondern wir möchten einfach nur die Kosten so ein bisschen denken und ja, vielleicht auch mal, wir haben ja, der Chris hat das ja schon vor ungefähr drei, vier Wochen gesagt, wir haben ja in zwei Jahren Jubiläum. Genau, zehn Jahre. Vielleicht können wir davon eine kleine Sause machen dann. Das war, dass alle mal in einem Ort sind und gemeinsam eine Folge aufnehmen können. Im Moment sind es ja fünf mit einem im Ruhestand noch, das werden wir vielleicht alle zu sechs, dass wir uns die Anreise dann davon leisten können, dass wir uns zusammen was machen oder irgendwie sowas. Irgendwas wird sich da schon ergeben. Juti, dann sage ich auf Wiederhören. Lieber Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir besprechen gleich noch, wann wir die nächste Folge aufnehmen werden. Und euch allen wünsche ich alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf und genießt den Giro. Tschüss. Tschüss. Tschüss.